. . . . . . . Heute erzähle ich euch etwas über Südkorea. Ich werde oft gefragt, wie ist eigentlich die Korea oder wie lebt man dort? Südkorea ist auch ein kleines Land im asiatischen Raum. Es ist eine halbe Insel, zweieinhalb Mal grösser als die Schweiz, aber sie hat siebenmal mehr Einwohner, das heisst über 50 Millionen. Dann ist natürlich Seoul, die Hauptstadt, gut über 10 Millionen. Und Busan hat zwischen 5 und 6 Millionen. Seoul ist ein wenig montäner. Busan ist natürlich pulsierend, weil es eine Hafenstadt ist. Südkorea hat sich in den letzten 20 Jahren wahnsinnig entwickelt. Daewoo, Hyundai, Kia, LG, Samsung, alles koreanische Marken, die wir hier in Europa alle kennen. Es hat ehrlich gesagt ganz viele Parallele zu der Schweiz. Es ist wahnsinnig modern. Irre, irre moderne Gebäude. Sie haben Hochgeschwindigkeitszüge. Läden schick wie ein Mora. Es hat gigantische Einkaufszentren. Das kann man sich nicht vorstellen. Ist es derzeit viel heisser als in der Schweiz? Nein, eigentlich hat es in Korea auch die Vierjahreszeiten typisch noch etwas mehr Regenzeit. Aber es hat ganz viele Berge. Es hat auch viel Schnee, wo man Skifahren kann. Fertig. Und zum heutigen Abschluss auch einen Hinblick auf die Olympischen Winterspiele. Hoppschweiz. Und ein schönes Südkorea. gu. Es gibt Schikfred Polis Moderator Die Vielen Dank.